Prinz William trennt sich von seinem Privatsekretär Jean-Christophe Gray, während er versucht, einen neuen wichtigen Mitarbeiter zur Verstärkung seines Personals zu finden. Prinz William wird sich von seinem Privatsekretär Jean-Christophe Gray trennen, während der König sich darauf vorbereitet, seinen Haushalt mit einem neuen CEO zu verstärken. Jean-Christophe Gray soll von Whitehall Abgeordnet sein und den Palast im Frühjahr 2024 verlassen, berichtete die Sunday Times. Gray wurde 2021 von William und Kate eingestellt, arbeitete jedoch zuvor als Mitarbeiter im Finanzministerium. Der Absolvent der Oxford and London School of Economics war von 2012 bis 2015 offizieller Sprecher von David Cameron, hat aber auch für Finanzminister wie Alistair Darling, George Osborne und Rishi Sunak gearbeitet. Berichten zufolge soll der 47-Jährige dem Thronfolger bei seinem Übergang zum Prince of Wales wichtige Ratschläge gegeben haben. Königliche Quellen gaben zu, dass er immer vorhatte, nach Whitehall zurückzukehren. Dies geschah, als Prinz William und Prinzessin Kate im September eine Online-Anzeige aufgegeben hatten, in der sie nach einem emotional intelligenten Vorstandsvorsitzenden mit einem niedrigen Ego suchten, der ihren Haushalt führen sollte. In der Anzeige hieß es, der neue CEO werde direkt dem Königspaar unterstehen, und nicht dem Privatsekretär. Es fügte hinzu, dass ein erfolgreicher Kandidat in der Lage sein muss, als dienender Anführer zu agieren und das Führungsteam zu stärken.